Der kam ja hier in Braunschweig an und war nicht richtig durchtrainiert, das hat sich deutlich gebessert. Fehler, das darf natürlich nicht passieren. Brandon Thomas da mit einem vermeidbaren Turnover. Und auf der anderen Seite Joshua Carter, der hier heute in einigen kniffligen Situationen für seine Mannschaft gerade gestanden ist. Der aus der Distanz getroffen hat und der hier eine sehr schöne Aktion für Erdanking vollendet. 37, 33, Sebastian.